ja hallo schönen guten tag leute herzlich willkommen auf diesem neuen kanal hier ihr werdet mich kennen ich bin der niklas aus dem aquarien channel vom os beziehungsweise oberstufen kolleg und ich habe ein problem deshalb habe ich diesen kanal aufgemacht und ich möchte gerne schildern worum es geht es ist wie folgt ich kümmere mich um die fische mos und zwar jetzt immer noch ich bin jetzt nicht mehr da ich studiere jetzt an der universität in bielefeld deshalb bin ich leider nicht mehr so oft da also ich komme da wirklich nur noch rein um was zu machen und dann gehe ich wieder ich ziehe da jetzt auch keine großen projekte mehr durch oder so und ja deshalb kann werde ich im os keine neuen videos mehr für den aquarien channel produzieren wie ihr gesehen habt es in zwei ja zwei ein oder zwei neue videos auf meinem auf dem normalen channel rausgekommen das problem ist bloß an denen beziehungsweise an den videos und an dem channel an sich ich habe weder den platz noch das geld noch die zeit für euch jede woche irgendein terrarium beziehungsweise in ein aquarium einzurichten und ich möchte sowas ehrlicherweise auch nicht nur extra für youtube machen also bei wenn dann interessiere ich mich für eine art und dann mache ich das worauf ich hinaus möchte ist dass mein content auf dem dieser aquarien channel basiert ist leider kein content den ich sage ich mal in regelmäßigen abständen also in gescheiten regelmäßigen abständen sage ich mal eine ein video pro woche oder so bringen kann das funktioniert einfach nicht jetzt habe ich aber das problem dass ich ziemlich gerne youtube mache und ich meiner community auch gerne irgendwas bieten möchte irgendwas was sie interessiert ich könnte jetzt sage ich mal so ein paar geschichts geschichts fakten runter rasseln das möchte ich aber ehrlicherweise nicht weil ich hier nicht zu irgendeinem faktenkanal mutieren möchte ehrlicherweise dieser kanal ist halt dafür da um das um diese geschichte mit den tieren zu dokumentieren ich möchte jetzt in diesem kanal nichts zwischen schießen weil sonst baue ich mir letztendlich zwei parallel communities auf und es muss nicht sein die eine wollen die tiere sehen und die anderen wollen dann den anderen content sehen und einer von beiden ist dann enttäuscht wenn es dann auch was anderes hinausläuft das muss nicht sein deshalb mache ich jetzt diesen neuen channel auf einfach damit die community beziehungsweise der teil der community die mich gerne hören möchte auch was davon hat dass ich auf youtube unterwegs bin und zwar geht es einfach um folgendes abgesehen von dieser tier szene auf youtube interessiere ich mich vornehmlich für die meinungsblogger szene beziehungsweise in anführungsstrichen die kanal zerstörer szene ich war ehrlicherweise kein noch nie fan von den größeren youtuber hier grong unge pewdiepie oder wie die alle heißen ich war tatsächlich eher so der fan ja teilzeit rektor mimi kuchen tv und so weiter die einzigen beiden kanal zerstörer diesen klassischen kanal zerstörer die mir jetzt einfallen also mimi und teilzeit rektor sind halt inaktiv ich glaube auch ehrlicherweise nicht dass von denen noch irgendwas kommt zumindest ist es nicht realistisch und ja kuchen tv ist ehrlicherweise kein kanal zerstörer mehr ist nichts schlimmes dabei ist es halt einfach nicht mehr und ja dann gibt es noch da vinci und just neo aber auch die sind nicht so hart wie mimi oder teilzeit rektor teilzeit rektor war ja in der szene sowieso der könig gewesen klar es gibt auch noch jf kennedy aber der jf not kennedy entschuldigung aber der ist ja auch relativ inaktiv obwohl der auch ab und zu wieder videos rausbringt darum soll es jetzt einfach nicht gehen aber auf alle fälle möchte ich euch sagen ich möchte hier in diesem kanal meinungsblocks machen beziehungsweise kanal zerstörungen ich hoffe ich krieg das hin und einfach so ein paar missstände auf youtube aufdecken denn mir fallen doch relativ krasse missstände ein und ich sage das jetzt schon mal vorweg also dinge die schon zehntausend mal durchgekaut worden sind werde ich nicht zum zehntausend ersten mal durchkauen also ich sag mal diese sache mit hier rebecca wing t lan ks freak simon desu und wie die alle heißen da hat jetzt jeder was zugesagt und ich werde mich da jetzt nicht wie gesagt ich werde mich da jetzt nicht zum tausendsten mal zu äußern weil das ist einfach überflüssig denen kannst du sowieso nicht mehr helfen und ja das ist halt letztendlich der wesentliche kanalinhalt das erste richtige video sage ich mal kommt ja auch jetzt demnächst und ich bin mir halt auch noch nicht noch nicht ganz sicher um wen es geht aber ich habe dann favoriten ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel verraten sollte auch nur irgendwo eine überraschung bleiben gut dann bedanke ich mich erstmal dass ihr mir zugehört habt im hintergrund seht hier ein gameplay von lego star wars ich möchte keine original inhalte einblenden ich will keine strikes kassieren dann ist nämlich meine ganze mühe für umsonst war in dem sinne dann noch schönen tag und danke fürs zuhören ciao